Schickt mir alles was ihr habt Von den Sachen Ich glaube ich pflaster den Planeten einfach zu Da wo ich brauche Erstmal den kompletten Äquator mit Schmelzen voll klatschen Und dann weiter gucken Ja Das Zeug wird auch direkt angefordert Finde ich super Ich glaube das sind die die gerade Die ich angefordert habe Warten wir mal bis der Letzte hier da ist Ich glaube der muss wahrscheinlich Den ganzen Weg nochmal zurückfliegen Der kam nämlich glaube ich von hier los Ist glaube ich von hier los gestartet Achja Hier ist gerade keine Power Keine Solarenergie Keine Power Macht Sinn Kommt Tschüss da Wenn er ja wenigstens die Sachen bauen würde Die er bauen kann Oh nein er setzt sie einfach so hin Und bei der Gelegenheit werde ich glaube ich nochmal Ein paar davon anfordern So Gut Kommen wir zum nächsten Schmelze Wenn man wenigstens Lava für irgendwas fördern könnte Dann wäre der Planet super Aber so Muss ich ihn leider platt machen Oh ja aus Lava Sonst hätte man halt Materialien extrahieren Oder Eisenkupfer oder so Ja Das wäre Das wäre die gute Option Aber Die Dinge die nicht klappen Klappen halt nicht Gleicher Schmelzenaufbau Das ist noch etwas zugekleistert Ich vermisse meine Lavaplaneten beim aktuellen Save schmerzlich Das ist noch etwas zugekleistert Vor allem wo er so schön hell und angestrahlt ist Wie dieser Planet hier Oder auf eine Wasserwelt kippen und ordentlich viel Dampf Ja Exportieren Der Lava Zu einem Wasserplaneten Und da einfach Dampfturbinen drüber hängen Orbitale Dampfturbinen Hier exportieren wir Eisenplatten Und wollen Eisen haben Dementsprechend kommt hier wieder eine Leitung rein Und dann kommt das Ding raus So So Eisenplatten Eisenplatten Das ist jetzt ein Stück falsch Nein, wegen der Geothermik-Kraftwerke. Oder sowas, ja. Apro-Geothermik-Kraftwerke. Ich könnte theoretisch welche bauen. Bei 2,4 Megawatt ist jetzt nicht so viel, aber es ist zumindest besser als nichts. Vor allem, wobei die Dinger hier sind hier auch recht effektiv, also brauchen wir aber trotzdem mehr Platz als zum Geothermik-Kraftwerk. Geothermik-Kraftwerke. Geothermik-Kraftwerke. Ich habe tatsächlich auch in dem Spielstand noch kein einziges Geothermik-Kraftwerk benutzt. Schändlicherweise. Weil ich es einfach nicht gebaut habe und dann habe ich es einfach ignoriert. Oh. Oh. Und alle Gäste. Und alle Gäste. So. Denen sollte ich noch sagen, dass er Kupfer spilzt. Denen sollte ich hier vielleicht noch sagen, dass sie Eisen spilzen. So, du Kupfer. Du Kupfer. Äh, könnt ihr die als Siebkladen... Ähm... Was, wo, wann, wer, was, was willst du als Siebkladen? Ich verstehe gerade nicht, was du willst. Die Blutprinz. Achso. Äh, ja, nö, brauchst du nicht. Ich tue die Blutprinz meistens in der Regel selber bauen und ich habe tatsächlich auch nur sehr wenige Blutprinz, die ich jetzt irgendwo selber habe. Also, die meisten mache ich selbst, beziehungsweise... Ja. Genau. Die meisten mache ich aber in der Regel selbst. So. Das ist alles gut. Das ist ja der Spaß an dem Spiel. Rausfinden, wie man Dinge am besten macht. Oh, und schon wird das Zeug auch direkt abgeholt. So. Nur hier werden wir jetzt nicht mit den Solarbaumen weitermachen können. Weil wir doch ein bisschen Eisen hier haben, was ganz gut ist. So. So. Wenn das Eisen hier lokal produziert wird, brauche ich es nicht von uns vorher... ...hier hinbelegen, das ist auch gut. Das ist auch gar nicht von uns. Okay. So. Ja, wenn die Sonne scheint, dann funktioniert es. Warum müssen diese blöden Erzquellen immer mitten auf dem Äquator sein? Der Äquator ist mein bevorzugtes Baugebiet. Aber nein, irgendwelche Erzquellen müssen da natürlich rumliegen. Er sagte ja und beschwerte sich natürlich auf dem erzreichen Planeten, dass das so sei. So, hier haben wir den Titanen. Ich sehe gerade, hier sollte ich noch sagen, dass er Metallplatten machen soll. Und da drüben kann ich auch nochmal einen Metallplatten. Das heißt, auf der anderen Seite hier unten haben wir das gleiche Thema. So, ich kopiere das Ding jetzt einfach nochmal raus. Auch wenn es gerade eine Eisenmanufaktur ist. Rein theoretisch ist es aber auch vollkommen okay. Wir brauchen wahrscheinlich eh noch mal eine Eisenschmelze. Ich bin noch recht neu bei Dyson 24-Programm, aber warum baust du irgendwie keinen Lava-Generator? So, da ist es ja uneffektiv. Man muss es bauen, wie gesagt. Ich bin neu. Alles gut. Wir kommen auch hier im Kanal. Schön, dass du da bist. Im Grunde genommen, ich habe gerade nicht das Material da, um den Lava-Generator zu bauen. Also, mir fehlt tatsächlich nur noch das Kupfer, weil... Tatsächlich. Auf der anderen Seite, dieser Planet hier hat 151 Solar-Energy-Ratio und... Ja, ich vermute mal, dass ich erstmal in die Richtung weiter Dinge platt machen werde. Nehmen wir uns doch mal ganz kurz ein bisschen von dem Zeug... Vielleicht nicht alles. Mal ein bisschen was. Aber mir ist gerade tatsächlich nicht aufgefallen, dass ich so viel von dem Zeug habe. Ich kann ja nicht genauso gut nochmal einen Eisenschmelz hinstellen. Geschmolzenes Eisen braucht man immer wieder. Bereiten wir schon mal für den zweiten Flügel alles vor. Lassen wir es hier einfach beeisen. Spacepalm 100. Da kommt 100. Man sollte es noch sagen... Eisen. 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 Ach, der muss komplett auf Lava gebraucht werden. Okay. Dann haben wir hier hinten noch ein bisschen Lava. Den nehmen wir doch auch gleich mit. Äh, den. Den Lava. Den Lava-Fluss in dem Fall. Der Lava-Fluss in dem Fall. So. Ja, das sieht schon besser aus. Ehrlicherweise, ich habe mit Geothermie bis jetzt noch nirgends irgendwie großartig gearbeitet. Das halbe ich sehr viel auf, ähm, so da einfach setzen. Und auch Geothermie ist so ein Fall von... Das kam hinter dem Patch, den ich quasi zuletzt gespielt habe. Also im letzten Spielstand, was schon sehr lange her ist. Und ich glaube, ich brauche mehr Solarsegel. Und im Grunde genommen, Solarzellen kannst du überall auf jedem Planeten bauen. Deswegen mache ich das meistens auch. Klar, sie sind unterschiedlich effektiv, aber du kannst halt überall welche hinbauen. Solar und Wind ist deutlich einfacher und schneller zu platzieren. Ja, Geothermie ist ein bisschen fummelig. Wenn man das genauso genau in die Lava platzieren muss. Richtig. Wie wir ja gerade gesehen haben. Ist zwar effektiver, aber für Solar mache ich den ganzen Planeten platt. Habe eine Oberfläche, schmeiße da meine Solarzellen drauf und dann ist gut. Bei Geothermie brauche ich halt die Lavafelder und die stehen mir jetzt teilweise auch im Weg.